In Microsoft Excel kannst du Arbeitsblätter ein- oder ausblenden. Das bedeutet, du kannst bestimmte Tabellenblätter sichtbar oder unsichtbar machen. Das ist nützlich, um deine Arbeit noch übersichtlicher und strukturierter zu gestalten. Sehen wir uns dazu gemeinsam ein praktisches Beispiel an, das ich vorbereitet habe. Und zwar sehen wir hier, diese Excel-Datei beinhaltet drei Arbeitsblätter, Umsätze, Vertriebskosten und Ausgaben. Als ersten Schritt möchte ich die Ausgaben ausblenden. Dazu kann ich mit dem Cursor durch einen Rechtsklick auf dieses Arbeitsblatt im Menü ausblenden, und dann diese entsprechend ausblenden, dieses Arbeitsblatt. Nun haben wir nur mehr diese beiden Arbeitsblätter sichtbar, Umsätze und Vertriebskosten. Und wenn du die Ausgaben wieder einblenden möchtest, so kannst du sowohl bei den Vertriebskosten oder auch bei den Umsätzen hier unten im Arbeitsblatt mit einem Rechtsklick wiederum auf Einblenden drücken. Und wir erhalten ein zusätzliches Menü, das uns die Option anbietet, ein oder mehrere Blätter wieder einblenden. In unserem Fall betrifft das die Ausgaben und ich bestätige mit OK. Und wir sehen nun, dass das Arbeitsblatt Ausgaben wieder sichtbar für uns ist. Wir können auch mehrere Arbeitsblätter auf einmal ausblenden. Dazu selektierst du das erste Arbeitsblatt und mit STRG kannst du das zweite Arbeitsblatt mit selektieren und im Anschluss mit rechter Maustaste auf Ausblenden drücken. Nun sind beide Arbeitsblätter unsichtbar geworden. Wir können diese beiden wiederum einblenden. Hier wiederum die gleiche Vorgehensweise, einen Rechtsklick auf Einblenden. Und dort können wir beide einzeln oder auch gemeinsam wieder in unsere Arbeitsmappe einblenden. Wie du siehst, kannst du somit deine Arbeitsmappe in Microsoft Excel noch strukturierter und einfacher gestalten. Falls du Fragen dazu hast, hinterlasse mir einfach einen Kommentar. Und bitte nicht vergessen, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann. Und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank und bis bald.